Das war's just a dream Just me, we all don't turn our way down We are the warriors that built this town Yeah, uh Riefermann-Syndrom, bitch, ich rauch mal Borobich Du trinkst Aperol-Spritz, ich bin Pharao, bitch All gold, everything, chill beim Geschäftsmeeting Heartbreaker, Batra Ayo, was geht, wie soll ich hier zum erneuten geben? Den Kommentar hier auf dem Kredit-Pop-Syndrom-Klan-Kanal Im Hintergrund seht ihr ein Möbel für Trimorp von Speedy das Spiel Mit der ACR auf der Map Terminal Und heute beschäftige ich mich mit dem Thema Was wollt ihr als 1,5 oder 2k Abonnenten-Special haben? Also wir haben uns jetzt schon mal gedacht Vielleicht werden ein Abo treffen Vielleicht so ein kleines, irgendwie in der größeren Stadt Köln Berlin, Hamburg, keine Ahnung, irgendwo Ganz cool, aber ihr müsst das natürlich entscheiden Also schreibt einfach mal die Kommentare, worauf ihr Bock habt Ich würde auch sagen, eine richtig heftige Montage wäre auch mal richtig ammergedern Also so nicht nur mit, keine Ahnung, Clips von uns Sondern auch mit so Kommentator, verschiedenen Kommentatoren Die gejoint sind oder was auch immer Doch wer richtig Bock habt, Jungs Das wäre richtig ammergedern, fände ich jetzt zumindest Oder, keine Ahnung, Rap hatten wir jetzt schon Aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr richtig hart Bock habt Also ich hoffe, da kommen schon ein paar Kommentare bei rum Also Jungs, schreibt einfach mal in die Kommentare Was ihr denkt oder was ihr geil findet Also könnt auch mal bei mir vorbeigucken Würde ich mich selbst drüber freuen Also Jungs, haut da rein und tschüss Also Jungs, haut da rein und tschüss